Die Schöner sind unterwegs, die Rabattschöner ist wirklich lauter, die Edechöner mit die Däumen auf die Elfersage, Rabattentor, rausgeschickt, hier ist die Tür, die Elfersage kontinuiert, die erste Stahlvergabe ist erfolgt, hier hat sich da ein Blitz-Section-Kanz, der die Führung übernimmt, 18 Jahre sind voneinander, die Holzmachers, mit Problemen, der erstes Dreh, der fehlt schon etwas zu hoch, grießt den ersten Dreh in der Kurve, aber er kriegt sich den Halid sehr gut, da er im Start im Alldienst gibt es hier, der Stahl der Druckmaßdrehen, hier ist der Stahlvergabe, der Stahlvergabe, also die Stahlvergabe, ein Stahlvergabe, der Stahlvergabe, der Stahlvergabe, der Stahlvergabe, der Stahlvergabe, der Stahlvergabe nach dem Gäste, der Stahlvergabe, die Stahlvergabe nach dem Chancenberatest, Und das Fahrzeug Sputnikarius aus Brücken mit Rorschau, Schatzprobleme ist auf der langen gerade, hier entrichtet, freie Fahrt, hier nach der Sportbahn, er aufschüttet, genau zu vor. Hier ist die Westerberg, die Westerberg, in einmal aus dem roten Platz vorgefahren. Hier ist Alex Rorschau, in dieser Baum. Ecke mit der Kette, Trottwimmel. Jetzt noch mal. Der Sportbahnhof, lieber Kürz, ist in die letzte Runde rein, Marcel Schollmann, auch in die letzte Runde rein. Die Hälfte auf dem dritten Platz. Die Garno steckt auf, das ist in den roten hoch. Die Garno steckt auf, das ist in den roten hoch. Auf der Seite sind die vom Schilder. Der zweite Platz für Landwehr, der sich hier nach vorne die Getschkarte von den Räustrackern und auf den Räustrackern gesammelt, die Läustrackern in diese Räder. Die Garno steckt auf, das ist in den roten hoch. Die Garno steckt auf, das ist in den roten hoch.